Seestadt Umsteigen zu U2 84a Wir sind am Ziel Bitte steigen Sie aus Auf Wiedersehen Christine-Dolion-Straße Lammes-Straße Umsteigen zu 26a In Richtung Cadran Kirchenallee Umsteigen zu 26a In Richtung Groß-Enzer-Storf 88a In Richtung Essling-Stadtgrenze 98a Essling-Schule Schlachthammer-Straße Wiete-Straße Raphael-Donner-Allee Mühlhäufe Auerheimer-Gasse Kapuschigasse Essling-Wegmeier-Siedlung Bamberger-Gasse Umsteigen zu 98a Ulzmann-Gasse Ende der Fahrt Richtung 1 Raphael-Donner-Allee Wiete-Straße Mühlhäufe-Gasse Rosalia-Kladeck-Gasse Mühlhäufe-Gasse Seefelder-Gasse Umsteigen zu 26a In Richtung Groß-Enzersdorf 88a In Richtung Essling-Stadtgrenze 99a 99b Mühlhäufe-Gasse Essling-Schule Umsteigen zu 98a Mühlhäufe-Gasse Kirchenallee Umsteigen zu 26a In Richtung Kagram Lannes-Straße Christine-Duellon-Straße Seestadt Umsteigen zu U2 84a Wir sind am Ziel Bitte steigen Sie aus Auf Wiedersehen Lannes-Straße ley J firen